Das Tor ist zu. Siehst du irgendwo den Schlüssel? Ich will nach Hause zu Mom und Dad. Klar doch. Aber erst müssen wir uns bei Tante Claire für den netten Urlaub bedanken. Ich glaube, ich kann das Tor zurück zur Lagune sehen. Nein, weg da! Das ist mein Sandwich! Lass das! Das ist nicht für euch! Na los, Bernie. Lass dir was einfallen. Hilfe! Die fressen einfach so mein Picknick auf! Die fressen einfach so auf, aber das ist nicht der Fall. Der Schuss ist ein expose, der sich der Schuss aufmachen. die Fressen noch. Wo ist die Fressen? Das ist gut, dass sie sich weiter 맡et. Wenn es hier etwas für die Aufmerksamkeit wird, Hey, Klappe! Kommt jemand. Hm, ob die uns vielleicht mit dem Tor helfen können? Klasse! Kinder, die kennen sich immer mit Technik aus. Oder? Weiß einer von euch zufällig, wie man Aktoren an einem Tor repariert? Ich helfe! Klasse! Donalty hat sie so richtig verhauen. Schon mal was von Teamwork gehört, Santiago? Ich bin nicht dämlich. Du hast mich doch dämlich genannt, oder? Das war nett von Ihnen. Aber sollten Sie hier draußen wirklich Kinder herumtreiben? Sehe ich da etwa eine Info? Tatsächlich! Sehen Sie, sie läuft direkt auf den Park zu. Hallo? Irgendjemand hier? Ingen. Haskins. Sie wissen, warum ich hier bin? Ich arbeite jetzt seit zwei Jahren an einer Verwendung für diese Raptoren. Lassen Sie mich das klar ausdrücken. Kein Veloci-Raptor wird auf dieser Insel freigesetzt. Okay, Boss. Was haben Sie jetzt vor? Wir brauchen niemanden sonst. Ziel gesichtet, südlich des Vogelhauses. Wie geplant fortfahren. Beeilung, Jungs. Zehn Uhr beim Vogelkäfig. Hochziehen! Hoch! Hoch! Was passiert hier? Was? Macht euch bereit zu rennen. Bereit? Wir müssen ins Innovationszentrum. Da ist es sicher. Wie kommen wir alle hier? Nein! Lass los! Kulsch! Verzieh dich! Wenn du nicht zahlen kannst, dann verschwinde! Wie du hier lachst. Nein! Das will ich nicht! Das wird schon mal. Ich habe das nicht. Die Hände waren nicht. Ich habe das nicht. Ich habe das nicht. Passt auf! Haltet euch vom Wasser fern. Wie kommen wir da vorbei? Ich glaub nicht, dass wir das können! Los doch! Hier drüben! Ich hoffe, Zack und Gray sind im Innovationszentrum. Ich glaub kaum, dass uns diese Dinos einfach so vorbeispazieren lassen. Auf dem Gaktisches Gebäude ist es dein Holo-Projektor. Den können wir benutzen. Ich finde für Sie einen Weg da hoch. Ich finde für Sie einen Weg da hoch. Danke! Sehr gut. Mal sehen, was für Hologramme dir einprogrammiert wurden. Boah, boah, schloss! Oh nein, du kriegst dich mit denen doch aus, Gwen. Hey, gut gemacht, Kleiner. Bleib da! Okay, jetzt sind wir vorbei, aber seid kurz. Blitzlicht! Blitzlicht verschreckt Sauria! Blitzlicht! Blitzlicht verschreckt Sauria! Blitzlicht! Blitzlicht! Die Spielhalle sieht aus, als wäre sie verriegelt. Hoffentlich sind meine Neffen an Sicherheit. Hey! Der Schlüssel! Ehrlich, ich mach das nicht nur um ne Runde zu zocken. Rein mit der Sicherung! Ja, ich weiß. Das war's. Damit hab ich nicht gerechnet. Wir müssen es löschen. Es könnte auch die Gebäude übergraben. Wir müssen es auf die Flammen richten. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist sie. Ist sie das? Laurie, ich bin unterwegs zu Ihnen. Schlechte Idee. Dieser Hoskins hat jetzt das Sagen. Er will tatsächlich die Raptoren einsetzen.